Die mein Jungs Jo Leute was geht und amt herzlich willkommen zu Scheiße ganz viele Münzen könnten biskadet werden By First Icon Hype in den Chats Münzen sind weg Und Steini ist back. Geilerein. Hi! Aber echt nicht verkehrt, ne? Ausbaufähig. Möchtest du hier etwa deinen Track pushen, der bis dato noch nicht raus ist? Oder doch raus war? Doch, ich glaube bis dato ist er schon draußen. Polo Ferrari. Ja, Freunde. Lasst einen Daumen da. Checkt den Track ab. Checkt Steini ab. Checkt noch was ab. Schreibt ganz viele Kommentare, damit das Video hoch trendet. Alles unter Platz 1 wäre natürlich ziemlich wack. Wenn das Video jetzt richtig losgeht, darf ich euch heute auf meinen Partner Sky inweisen. Und zwar, ihr kennt es, das Sky-Super-Sport-Ticket ist natürlich wieder am Start. Und die Bundesliga ist wieder am Start. Letzte Woche ging es ja schon richtig bombastisch los. Und jetzt sind wir endlich wieder mittendrin im Bundesliga-Alltag. Schalke gegen Bayern. Da kommt der nächste Kracher ums Eck. Und ich hoffe natürlich, dass Schalke wieder Punkte holen kann. Das wäre extremst wichtig. Also, ein Sieg gegen Bayern hätte ich jetzt nichts gegen. Was meint ihr, wie dieses Karraspiel ausgeht, Freunde? Also, ich bin wirklich mal gespannt. Am Sonntag geht es natürlich auch noch bunter Bund weiter. Leipzig gegen Frankfurt in der Bundesliga. Auch ein absolutes Top-Spiel. Und in der Premier League steht das nächste Kracher-Spiel an. Und zwar mit dem FC Liverpool gegen den FC Arsenal am Sonntag. Die Jungs von Sky haben sicher wieder die Premier League gesichert. Bis 2021 ist sie jetzt wieder bei Sky. Und alter, Freunde, ich habe es euch gesagt. Es kommt wirklich jedes Wochenende ein absolutes Top-Spiel auf euch zu. Und die Bundesliga knallt sowieso durch. Mit der originalen Sky-Konferenz verpasst ihr in der Bundesliga und in der Champions League keine einzige Sekunde mehr. Die zweite Bundesliga ist natürlich auch noch am Start. Die Champions League startet ja jetzt nächsten Monat. Und damit habt ihr einfach das ultimative Fußballerlebnis. Sichert euch das Ganze jetzt mit dem Sky-Super-Sport-Ticket. Oberster Link natürlich wie immer. In der Beschreibung. Das Ganze kostet im Probemonat 9,99 Euro. Ist monatlich kündbar. Und ihr könnt das Ganze auf dem Gerät eurer Wahl streamen. Sei es Tablet, sei es Handy. Und was ich auch ganz geil finde, dass es zum Beispiel eine App auf der Playstation gibt. Das ist ein Pluspunkt. Also registriert euch jetzt. Ihr könnt direkt loslegen und habt das ultimative Fußballerlebnis. Viel Spaß euch, Freunde. Gönnt euch diesen geilen Fußball. Es ist heute ziemlich simpel. Wir haben vier Spieler schon in der Startelf, die mindestens ein 90er Rating haben. Einer davon ist eine Ikona-Ikona. Und der Rest des Teams, die anderen sieben Positionen, werden mit Icons aufgefüllt. Mindestens ein 90er Rating. 90er. Alles klar, ja, ja. Ich dachte, du redest da. Das ist kein Thema. Hachschnau, hachschnau. Das ist alles drin. Ja, wollen wir direkt erste Position da rein starten? Achso, ja. Wenn die Boys das feiern, lasst mal 10.000 Likes da. Das wäre irre, wenn ihr mehr sehen wollt. Von Dijay and Dan. Wenn ihr mehr sehen wollt, Olums. Also ready für erste Position. Ja. Stell dich auf Icon. Give me una secunda. Ikona, Ikona. Bist du ready? Drei, zwei, eins. Joa, das ist einfach eine Zahl. Eins. Let's go. Habe ich sogar einen Verein. Kann man nehmen. Du nimmst bitte die 5. Ja, ist okay. Ist okay. Was kostet denn der Bruder, Alter? Also mein Bruder hat nicht das beste Rating, aber mein Bruder hat für die Position nice Pace-Werte. Deshalb I'll take that. Okay. Mois. Okay, okay. Hast du? Ist drin, ja. Maschine. Nächste Position. Ich muss mal auf Icon stellen. Die Könchen. Okay. Drei, zwei, eins. Oha. Oha. Du nimmst die 1. Wow. Kauf ich so direkt, Alter. Du nimmst die 3. Alter, what the fuck? Ich kann ihn sogar bezahlen. Okay, krass, hab ich nicht gedacht. Was ist mit ihm los, Alter, ey? Was soll ich mit dem, ey? Ja, moin, Digga. Alles fit bei deinen Coins, frage ich mich. Ich hab hier zwei Karten eingebauten, die du sonst nie auf Fullcam zocken kannst. Aber hier in dem Format geht das eigentlich mit. Ach du Scheiße. Das ist sogar der günstigste. Okay, es kann sein, dass ich gleich Spieler verkaufen muss, weil der hat jetzt geldmäßig ein bisschen reingesch... Ach du kack, Alter. Oder vielleicht diskarten muss. Rest in peace, hold it. Dann gehen wir. Ja. Nächste Position? Ja. Ja, ich muss kurz auf. Alter, ey, Digga, das ist jetzt schon wieder ganz teuer. Okay, 3, 2, 1, let's go. Tell me. Ach, come on. Er hat wieder auf Icon und nicht Dings umgestellt sollen das. Du nimmst die 2. Mua, ist okay. Kannst du auch nehmen. Nimmst du auch die 2. Ey, ich hab im Kopf gehabt, bei mir kommt jetzt er. What the fuck? Ach, come on, Alter. Ich muss gucken. Der ist bestimmt billiger. Ach Gott. Ich dachte mir noch im Kopf, der ist der krasseste. Er kommt einfach. Er ist der krasseste Keeper im Game. Ey, ich muss gleich, glaube ich, ehrlich was verkaufen, ne? Rippie, Rippie, Rippies. Die Rippies. Ripp-Mützen, Alter. Ja, bei mir auch. So, dann. 3, 2, 1. Du bist immer so schnell, Alter. Ja, ja, hau rein. Go. Halt's Maul. Du nimmst die 3. Ah, du die 1. Ach, bin ich drauf sogar. Scheiße, da wäre mehr gegangen. Und jetzt muss ich tatsächlich Spieler verkaufen. Halb in den Chat. Ey, ich hatte über 4,5 Millionen Coins für die Aufnahme, ne? Toll. Ich hatte 11. Jetzt habe ich noch 4. Alles klar, dann wäre ich bereit für die nächste Position. Der ist halt ein bisschen unglücklich hier vorne. Absolut kein Spieler für die Position. So, Icons. Let's go. Bist du schon drauf? Uff. Ja, ja. Dann nimmst du bitte die 6. Wow, ey. Ja, nimm ich. Gute 2. Halt's Maul. Es war so klar. Den scheiß Spasti. Es war so klar, Alter. Ach, Mann. Er ist halt wenigstens mal günstig. Aber Petit als Linksverteidiger. Come on. Geht aber fit. Nein. Digga, was sind die denn alle so teuer hier, ey? What is that? Wir sind hier. You ready für die nächste Position? Ja. Schon gedrückt? Ich drücke jetzt. Ja. 3, 2, 1, go. Ja, seine Zahl. Also du hast die Auswahl zwischen Prime, Sanetti und ich glaube den mittleren. Welche? 6. Ehre, Prime. Du die 4, bitte. What is that in here? Dann letzter Spieler. Ich bin gespannt. Ich könnte noch was Gutes hier gebrauchen. Ja. Icon, Icon. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, ich würde sogar lieber eine Scheiß-Icon nehmen, weil wenn ich verliere, habe ich echt viel zu diskaden. Okay. Geht du mal die 4. Ich nehme die 4. Oh, why? Du die 5. Ja, alles klar. Es ist wieder so eine Prime-Icon-Moment, die wahrscheinlich jetzt teuer sein wird, die aber gar nichts kann. Meinst du? Ja, es ist so. Nein, ich... Punkt. Ja, wir gehen rein ins Game. Hype. Zahm wir her, dein Herrschchen. Oh, Eusebio war der Pull. Ja, bei dir Ronaldinho. Ja, Mann. Was hat Ronaldinho gekostet? 4, 5. Eusebio, 4 glatt. Halt's Maul. Scheiße. Scheiße. Oh, please, gewinn nicht gegen die, Alter. Danke. Eusebio hat er nicht gehalten. Und please don't gewinn. Say what it is on. Ja, Tor. Ah. Oh. Ja. Oh, Eusebio. Oh. Oh. Ja. Was? Tacken gemoved. Der Lee-Man, Alter. Okay, Sturm ist halt ein bisschen... Arschumme. Oh, stark. Oh, schisch. Schisch. Stark gespielt. Oh, war schön. Oh. Da muss ich mich mal selber loben. Nach dem zweiten Pass war ich komplett raus. So, Kopf zugemacht. Schon abgehakt, die Situation. Das passiert nicht häufig, dass ich schöne Tore rausspiele. Deshalb, ich muss auch kurz genießen. Nein, geh weg. Nein. Wir fanden das ab safe. Die ganze Zeit ist zentral. Irgendwie hat der Magnet an der Pfoten. Ja. Ja. Nein. Oh. Ist es trotzdem noch eine Ecke für die Scheiße? Nein. Wollte ich schon sagen, Alter. Ich dachte, meiner fällt schnell noch ab. Nein, das war einfach... Das war so scheiße, was der dann gemacht hat. Oh. Das kippet einfach Kopfball. Erwin kann da... Ja. Oh, krass. Ehre. Finde ich gut. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, Kieper, ja. Scheiße, die da oben. Ja. Nein, 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 nein. Ich kann den nicht schicken. Nein, nein, nein. Nein. Ja. Was? Ich spiel doch Ronaldinho, Alter. Dieses Spiel. Wird Zeit, dass es vorbei ist. Und jetzt kommt er. Warum spielt er nicht Ronaldinho, Alter? Komm. Was für Abzellas. Absoluter Pass ins Nichts da, ey. Das ist gar nicht so schlecht. Ach, come on. 100 Jahre, bis er einen Ball annimmt. Hä? Was passiert hier gerade? Das ist so schlecht. Guck, ey. Das ist doch nicht normal. Ich habe mich selber beerdigt mit Ibra vorne. Ist wirklich so. Ist so langsam für ihr, Alter. Ist so langsam. Halt's Maul. Da kann man so schlecht stehen. Da kann man so schlecht stehen. War wirklich absolut scheuen Tor, ne? War komplett scheuen Tor. What the fuck? Guck mal, zwei Leute gehen da. In der Mitte ist es niemand. War wirklich niemand. Ja. Why? Why? Ey! Ey, fuck. T-Lingsverfältig. Wie lange braucht Ibra, um zu diesem Ball zu kommen? Wohin? Boah! Alter! Also der Eusebio Prime Moments kann was. Ist offiziell approved, der Boy. Huuh! Abdeutsch. Nein, kein Abseits. Ja! Die ganze Zeit geraten, dass er die scheiß Fahne da hielt. Ey, ich habe so gestruggelt. Da war ich auch nicht wusste, ob Abseits war. Alter! Ich dachte, er war Abseits. Aber auch ein scheiß Zanetti hat, glaube ich, aufgehoben. Okay, da habe ich gerade richtig gestruggelt. Der schießt da nicht mal. Wohin? Ich verstehe das nicht. Ehrlich nicht. Gegen Tease genau das Gleiche. Erst kann ich nur. X-Band geht alles. Die können gar nichts machen. Auf einmal geht nichts mehr. Guck dir das an. Voll Petit. Bester Liebstverteidiger im Game. Nice. Mann, Mann, Mann. Alter, starke Spiele. Komm, gar nicht mal. Ich konnte mich nur aufregen. Was anderes ginge nicht. GG geht zurück. I hope I hit Ronaldo. That would be nice. Ja, Ronaldo kannst du hitten. Weißt du auch nicht, bei wem du den hitten willst, aber... Bist du ready? Mhm. Was für eine Formation hast du gespielt? 4-3-3. Da hätte ich gerne den mittleren ZM. Und den Stürmer. Stevie G. Ballack! Die beiden. Ja. War nicht so viel wert, oder? 500 K, glaube ich. Also zusammen. Wow. Wow. Wo war Ronaldinho? Äh, rechter IV. Wer waren die beiden anderen ZMs? Die äußeren? Zanetti und Lehmann. Ich hab eigentlich getippt, du nimmst rechter, linker Flügel. Oder Außenverteidiger. Also das war bei mir. Hammerspiel. Hi. Ja, bei mir hat's geshellt. Äh, deshalb machen wir jetzt Schluss. Tschüss. Tschüss. Wichser, ey. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dem Video, Freunde. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und checkt auf jeden Fall das Sky-Super-Sport-Ticket ab. Oberster Link dazu ist in der Beschreibung. Für 9,99 Euro kriegt ihr im ersten Monat, im Probomonat, wirklich das ultimative Fußballerlebnis. Könnt auf jedem Gerät eurer Wahl streamen. Und das Ganze ist easy monatlich kündbar. Also checkt das Ganze ab. Oberster Link. In der Beschreibung.